Was geht ab Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge, machen wir weiter. So, wie ihr schon vielleicht seht, Red Talon, ich hab sie geholt, zwei Stück. Ich muss dabei länger reloaden, damit ich die richtigen Charakter bekommen, die ich will. Und die sind immer noch nicht 100% perfekt, aber die werde ich dann später noch ein bisschen umändern. Die hab ich jetzt nur so genommen, damit wir erstens acht Leute haben, damit wir hierhin umziehen können, zu der großen Basis. Den hab ich mir nicht genau angeguckt, aber ich bin mit dem hier eigentlich zufrieden, aus einem Grund. Hier in der Nähe ist eine Polizeistation, hab ich nicht gesehen. Munition, einen Waffenladen, Munition, das heißt wir haben schon zwei Außenposten. Dann haben wir auch Essen, eine Werkstatt, Fuel, also Benzin. Und im Notfall haben wir immer noch sogar hier Signalverstärkung oder in der Nähe noch einen Waffenladen und Artillerie sogar. Das heißt wir haben eigentlich alles außer Medizin. Das können wir aber theoretisch sogar mit dem Gärtner umstellen und Medizin dann pumpen. Genau, also es ist nicht so wichtig. Und im Notfall können wir hier sogar die Außenposten für Essen nehmen und dann einfach die Gärtner als Medizin Gärtner nutzen und dann easy peasy. Da haben wir eigentlich alles was wir brauchen. Plus dann müsste der Bereich von den Außenposten genau die Stadt decken, weil hier würde ein dicker Kreis sein. Hier würde ein Kreis sein und dann würde hier noch ein Kreis sein. Wenn wir den erhöhen auf Stufe 2 müsste er sogar noch größer sein und das Einzige was da noch im Weg ist sind diese kleinen Häuser. Was aber nicht schlimm ist, die können wir immer zwischendurch räumen wenn es sein muss. Genau. Also würde ich sagen Leute, gehen wir mal da hin und ziehen um. Wir haben genau 3.500, dass wir umziehen können. Also genau 3.500. Ich weiß nicht ob die Autos mit rüberkommen. Wahrscheinlich nicht. Also werden wir dieses Auto leider verlieren. Außer wir gehen da irgendwann zu Fuß hin. Aber den hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Diese Blutsbrüder gehen mir ein bisschen langsam auf die Eier. Ich habe schon letztes Mal denen geholfen. Da habe ich sogar ein T-Shirt bekommen für Blutspende. Das ist ja so dieses Event gerade. Aber die wollen immer mehr und mehr und mehr. Junge. Operationsbasis verlegen. Aha. Okay. Das können wir gleich machen. Aber nicht sofort. Nichts am Installieren? Nö. Genau. Wir haben auch zu wenig Betten. Seitdem wir natürlich so viele Leute reingeholt haben. Aber das ist scheißegal. Denn das Einzige was das Minus macht ist. Wo ist das? 7 Moral. Das ist so egal. Okay. Für jeden Charakter der draufsteht hat er persönlich Minus 7 auch. Aber das ist so egal eigentlich. Wenn man eine richtig gute Moral sowieso hat. Also kann man eigentlich betten. Mehr nicht sein. Ignorieren. Außer man hat Platz. Dann mach ruhig Betten rein. Genau. Plus mit dem Bild von Red Talon werde ich später sowieso glaube ich gar keine Betten bauen müssen. Weil die einen Skill haben Schlafzeiten. Also die einen schlafen am Tage. Einen in der Nacht und mittags und so weiter. Und da haben wir nur noch plus drei Betten. Den Skill gibt es doch nicht mehr. Aber man kann ihn noch wiederbekommen mit einem Editor. Deswegen. Die Beam. Bin mal gespannt auf das Feuerwehrhaus. Der große Umzug. Wir müssen dann wahrscheinlich wieder alles neu bauen. Wenn es nicht mit übernimmt. Das wird dann heavy. Plus wir hoffen mal, dass nicht zu viele Zombies in der Nähe sind. Weil wir haben nur einen Ambus mit. Alter. Für sechs. Das wird dann alles neu bauen. So. Da wären wir. Aber wir müssen nach vorne. Da ist nämlich der Parkplatz. Ganz genau der. Perfekt. Sieht schon schön aus. Genau. Der Typ ist auch mit seinen Waffen gespawnt. Die man auch in Daybreak hat zum Beispiel. Den Elite-Paket der roten Klaue. Der ist so underpowered. Im Sinne von das rote Klaue. Die haben immer die besten. Äh. Meistens. Besten. Fähigkeiten. Äh. Items. Und und und. Aber. Boah. Wir gehen hier rauf. Ähm. Aber die sind alle nur so Standardgut wie die normalen. Was ziemlich dumm ist. Weil das macht gar keinen Sinn. Deswegen gibt es auch einen Mod, der das alles verstärkt. Und das ist auch richtig so. Ja, das stimmt. Wo ist jetzt die Basis hier? Da, ne? So, Leute. Noch rüber hier. Stellt vier Betten bereit. Eine Küche. Notfalldienst-Training. Versorgungshorn. Wir haben also einen Generator. Cool, da brauchen wir gar keinen Außenposten. Nice. Holy. Das ist echt gut. Überdachte Betten. Die könnten wir wegmachen. Zur Not, äh, für mehr Platz. Oder wir machen die besser. Und ne Werkstatt. Geil. Rein da. Da wären wir. Passiver leeren. Wie denn? Ah, nochmal wieder vor. Genau. Wir müssen jetzt alles reparieren. Für drei bewaffnete Wachen. Oh. Alter. Okay. Fangen wir erstmal, ähm... Ich würde sagen, mit dem Turm an. Dann machen wir als nächstes natürlich den... Trainingsraum. Und die Anlage reparieren. Nochmal zwei. Jetzt haben wir gar keine mehr, ne? Genau. Jetzt sind alle Leute in Arbeit. Wie wenn... Ich werde draußen die scheiß Links wegmachen. Oh, oh. Dickechen. Nein, 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 nein. Genau. Wir müssen auch Autos finden und die Eingänge blockieren. Weil da hinten, da hinten, hier vorne sind zwei. Und ich glaube, links ist wahrscheinlich auch noch einer, wenn das schon so gebaut ist. Die müssen alle weg. Also im Sinn weg mit einem Auto davor stellen. Weil da kann niemand mehr da rein. Also da durchgehen. Keine Zombies mehr. Und das ist der ganz große Vorteil. Ah, die gehen sowieso weg. Das ist uns doch noch egal. Dann nehmen wir den Rames und machen den hier blockieren. Dann nehmen wir nochmal unser altes Auto da hinten, wenn wir es geholt haben. Irgendwann hier blockieren, hier blockieren. Genau. Weil dann muss man nicht alle Seiten verteidigen. Nur die wichtigsten. Hier würde ich müsste ich auch eigentlich nur die kleinen abschließen. Damit nur die... Das eine offen ist und hier vorne. Weil dann kann der Turm hier hin sowieso besser schießen. Das heißt, die schwache Seite abdecken. Die Tore. Wo sowieso nicht geballert wird. Und dann ist alles im grünen Bereich. Genau. Hier hinten ist glaube ich sogar... ... ein ganz großes, oder? Ne, das ist... Okay, hier kann die gar nicht durch. Das ist gut, das ist gut. Das heißt, hier ist 100% nicht eindringbar. Also haben wir doch nur... ... vier Eingänge. Einen sollten wir auch für uns lassen. Aber theoretisch könnten wir auch hier rüber. Das hier brauchen eigentlich keinen. Und wenn wir das alles absperren würden, können die gar nicht mehr eindringen. Was ein bisschen broken ist. Talent. Bam, Junge. Das ist so geil, Junge. Holy. Okay. Ja, dann holen wir mal den Rahmes, würde ich sagen. Und parken irgendwo davor. Wenn wir das leise hinkriegen, aber ich glaube nicht. Aber hey. Versuchen, versuchen. Das Geile ist, wir haben jetzt die Fähigkeit, mit dem... ...von man Revolver hält, für automatisches Aim. Voll geil. Jetzt fahren wir den normalen. Boah, viel weniger Steuerung. Voll unbeweglich. Ekelhaft. Pass auf, blockieren wir mal. Ich glaube, die vorderen blockieren ist schlauer. Ich mache, glaube ich, den linken erst mal zu. Das ist der nervigste von allen. Warte. Oh nein, das Auto wurde teleportiert. Nice. Junge. Geil. IQ. Warte, ich komme hier nicht durch, IQ. Lass mich durch. Bitte, lass mich durch. Ich muss jetzt hier richtig Fuselarbeit machen. Das Auto ist zu lang für die Scheiße hier. Oh, schon besser. Noch ein Stückchen, für genau Perfektion. Beste Leben. So, da kommen jetzt keiner rein, außer wir. Dann. Ich glaube, den Wagen müssen wir leider auch opfern, weil wir haben noch keinen anderen. Oh, da ist ein Bolzen. Den darf wir nicht alarmieren. Ganz und gar nicht. Wir fahren nach hinten. Im Notfall können wir das Auto ja wegnehmen, aber nur im Notfall. Weil es gibt leider keine Barrikaden, richtig? Deswegen machen wir natürlich die Autobarrikade, die das Spiel nicht vorher gesehen hat. Oder wenn doch, GG. Kann ich jetzt auch von drüber springen, theoretisch? Jawohl, Junge. Gut, die können da jetzt nicht rein. Die Basis ist fast fertig. Dann machen wir jetzt nächstes Moralboost hier. Reparieren. Die sind jetzt in zwei Sekunden fertig. Zack, Junge. Doppelstockbeck freigeschaltet. Jawohl. Und nochmal reparieren. Auffangraum. Schmiede. Holy. Autowerkstatt, genau. Das wissen wir. Kaserne. Die können ja bis zu acht Betten haben oder sechs oder fünf mit Moralboost. Eine Farm. Oder eine Hydrokultur ist drinnen. Lustig, okay. Dafür brauchst du alles und das ist ziemlich broken, so wie es aussieht. Die Frage ist, wie hoch broken kann man es noch erweitern? Eine Launch für sehr viel Moral. Das ist alles mit Verteidigung, Versorgung. Dafür brauchen wir Elektrizität oder Haven. Generatoren haben wir schon, das brauchen wir nicht. Wir könnten noch einen Wachturm machen für mehr Ballern. Oder einen Scharfschätzenturm. Falls wir unbedingt super Verteidigung haben wollen. Da aber links sowieso scheißegal ist, weil die hier nicht reinkommen. Brauchen wir hier links gar nicht verteidigen. Plus die stehen hier sowieso von alleine schon rum. Also da schießt jeder. Genau. Ja, dann fangen wir mal an zu bauen, ne? Wie viel Material haben wir? 145. Schnell, 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 schnell. Ja, das ist egal. Warte mal. Wir müssen kurz hier... Was könnten wir hier reintun? Ja, hier ist es jetzt mal egal. Pass auf. Hier machen wir erstmal... Genau, das da rein. Kostet leider Zeit. Ich weiß, dass alles so viel Zeit kostet. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Das können wir nicht erhöhen. Und wir können es auch nicht abbauen. Okay. Können wir hier noch irgendwas reintun, was cool ist? Noch nicht. Hier können wir... Genau, Lebensmittel reintun. Aber es gibt was wichtiges als das. Dann haben wir hier noch was. Verbessert kämpfen. Medizinfähigkeit erhalten oder verbessern. Schwere der Ermüdung. Okay, also alles nur Boost, Boost, Boost. Verstehe. Geil. Drei Munition bezahlen für sowas. Jawohl. Jetzt haben wir Strom überall. Jetzt stellt auch das hier ein Material pro Tag her. Alter. Geil. Wie viel haben wir jetzt? Minus? Plus. Minus wegen Versorgungssomb. Okay, das verstehe ich. Das ist aber das Einfachste. Hier ist eine Tankstelle genau gegenüber. Dann plus drei haben wir. Alter. Minus sieben. Ich vergesse, dass natürlich mit mehr von den Leuten auch mehr Minus geht. Okay, da müssen wir natürlich aufpassen. Südhof. Wenn das jetzt gleich alles fertig ist, dann kann ich noch erhöhen. Weißes Rauschengenerator. Minus vier Lärm. Cool. Wasserversorgung. Eine Zeit lang. Dauert nur vier Sekunden. Okay, das ist ziemlich strong. Holy. Aber es ist laut, weil das Ding arbeitet gerade wie Sau, oder? Genau. Stationstoilette und alles. Ey, Junge, hier wird auf jeden Fall Angriffe geben. Wir müssen uns sehr, sehr gut verteidigen. Es ist schon dunkel geworden. Oh, sieht schön aus hier. Nice. Nur die hier machen mir Angst ein bisschen. Junge, die kommen immer näher. Der Bereich ist aber schön voll. Sehr gut. Gut, weiter, weiter, weiter. Wir brauchen unbedingt eigentlich einen... Will ich eine Farm bauen? Ich muss kurz mal gucken, welche große Slots sind mir überhaupt wichtig? Ein weiterer Turm wäre cool. Im Sinne von hier vorne. Weil dann wäre ja wirklich hier an der Grenze. Und wir könnten dann wirklich hier hin ballern. Und alles, was hier ist, ballern. Und dann bist du noch natürlich hier. Aber hier ist sowieso unwichtig. Aber es wäre nicht schlecht, um überhaupt zu verteidigen. So, wenn es nichts Besseres gibt, lohnt sich das sogar wirklich. Was noch? Eine Launch. Verschiedene Möglichkeiten, Arbeitskraft zur Verbesserung der Moral einzusetzen. Okay, Moralmaximierung und Kaserne für nochmal Betten. Wahrscheinlich muss man sowas bauen, wenn man normal spielt. Weil es sind dann acht Betten plus die vier Betten, dann sind es genau zwölf. Aber eine Autowerkstatt wäre auch geil. Nahkampfwaffen, materiellen Ersetzern herstellen. Senkt die Anlagenkosten. Also gut, für Anfang bauen, für Herstellen und danach wieder direkt gehen, okay. Die Schmiede hatte ich noch nie, muss ich sagen, Leute. Probieren wir mal aus. Ich überlege, brauchen wir überhaupt eine Autowerkstatt? Eigentlich schon, weil die so schnell kaputt gehen. Aber eigentlich auch nicht indirekt, weil... Eine Werkstatt ist eine Werkstatt, glaube ich. Im Sinne von... Wir können ja hier herstellen, oder? Wissen über Konstruktion. Ja, das ist egal. Ja. Ja, wir können hier Toolkits herstellen. Nur die normalen oder ein Fortressen. Das kostet sehr teuer. Aber dennoch ist das richtig gut. Wir müssen halt ein bisschen mehr Teile opfern für ein bisschen Reparatur. Aber wir brauchen theoretisch die Werkstatt nur, wenn wir auch... Das verbessern wollen. Also einmal bauen, Auto verbessern. Wenn es verbessert ist, brauchst du nur noch Toolkits. Dann brauchst du die Werkstatt nicht mehr. Weil es gibt ja kein Passive mehr. Außer du willst diesen Bonus nutzen für Booster. Bin ich aber nicht so der Meinung. Deswegen fangen wir mal an mit... Ich würde sagen, einer Farm. Ich habe die noch nie gebaut. Testen wir mal. Fürs Essen. Da es keine Medizin gibt, außer klein. Und er muss drinnen sein anscheinend. Ne, drinnen draußen. Können wir irgendwas abbauen? Ja, wir können die Betten wegballern. Ich glaube, ich mache das auch. Weil irgendwie ist das ein bisschen verschwendet. Und was anderes können wir sowieso nichts machen. Das ist eine normale Küche. Das verstehe ich. Das machen wir da rein. Ne, das will ich alles nicht. Ne, will ich alles nicht. Warte, viele Autoplätze. Passive Effekte. Warte, vielleicht macht sie doch passive Effekte. Hm. Weißt du was, der dann scheiß auf. Wir testen jetzt doch noch einmal. Genau, die Schmiede nehmen wir doch. Ich habe kurz überlegt. Boah, wie. Ach du Scheiße. Könnte nicht schneller wachsen. Ei, 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 ei. Das wird heavy. Das wird heavy. Okay. Machen wir erstmal den Typ hinter uns kalt. Solange bauen wir ja noch. Oder kann ich noch mehr bauen auf einmal? Ja, könnte ich. Pass auf, dann machen wir... ...hier hin. Krankenstation. Wie Platz haben wir denn überhaupt? 50. Glückwunsch. Ähm. Wir haben nicht genug Leute, um schneller zu bauen. Den Mod von früher habe ich auch nicht mehr. Wir können auch hier nicht rüber. Das ist der einzige Nachteil daran. Wir müssen jetzt hier rausgehen. Aber deswegen haben wir einen Platz freigelassen, ne? So, sprinten, sprinten, sprinten. Leveln, leveln, leveln. Bau eine Anlage zu Wasser- oder Stromversorgung. Ich muss die bauen, obwohl ich die jetzt habe. Das ist richtig schlecht. Da registriert das Game nicht, dass man das hat. Das ist echt bad. Dann müssen wir es jetzt extra bauen und wieder zerstören. Ja, das ist natürlich gay. Boah, das ist richtig gay. Good hustle, everyone. That's one more project complete. Jawoll. Das ist eine gute Ecke fürs Krankenhaus. Definitiv. Drinnen werden mehr Keime. Also, gib ihm. Äh, das geht nicht mehr. Da machen wir, glaube ich, äh... Was ist wichtiger gerade? Was brauchen wir mehr? Nahrung, Medizin mit Strom ist mehr. Oh. Der kann aber überall, ne? Ja, der kann überall. Das ist halt scheiße. Hm. Kann ich den Kühlschrank auch an der... ...kann die überall machen. Dann... ...die Toilette reinigen. Jeder verdient einen sauberen Rückzugsort. Oh, Mann. Ne, dann machen wir das hier hin. Und was noch, ähm... ...hier haben wir schon die Schotwindenpresse. Beziehungsweise die... Stimmt, wir haben Schotwinde gemacht. Nichts andere, ne? Dann haue ich vorerst trotzdem das da rein. Genau. Hier wollte ich die Dinger reinhauen, aber wir haben keine Arbeitskraft mehr. Das dauert halt alles. Oh, mein Gott. Ich verstehe Lärm. Ich verstehe Lärm. Okay, kein Wunder, dass irgendwann alle rumballern in den Videos von solchen Late-Game-Basen. Okay, Lärm ist verdammt wichtig. Junge, ohne... Ohne den Baumeister Passive-Skill mit Strom und Wasser, ne? Was einfach wirklich da ist. Einfach so. Von nichts her. Würden wir so viel Lautstärke sparen, weil dann würden wir den Generator gar nicht mehr brauchen. Das heißt, wir würden die Basis nicht mal nehmen, weil die nutzlos wäre mit dem einen Slot. Dann hätte ich wahrscheinlich echt die Dings genommen. Die Holzfirma da hinten. Aber das ist echt verdammt viel. Gut, dass die alle außen sind. Holy, ist das krank. Gut, dass wir den hier irgendwann haben werden. Und den hier, dann sind die schon mal hier weg. Und nur noch hier hinten spawnen. Und vielleicht hier. Das interessieren wir uns aber auch nicht dann nicht mehr. Boah, das ist krank. Wir müssen jetzt halt nur warten. Okay, Leute, dann habe ich eine Idee. Wir machen den Part extra kürzer, damit er sich noch nicht mehr... Oder nicht noch mehr in die Länge zieht. Und ich werde es dann hier zu Ende bauen. Bis zum nächsten Part, wenn ich es nicht vergesse. Und ich versuche dann vielleicht ein bisschen Einfluss zu sammeln, damit wir die Base sozusagen vollständig haben. Und diese Aufgabe vorhaben. Ich kann schon mal aber vorsagen, wie viele Aufgaben wir noch haben werden. Es gibt fünf Stück. Fünf Stationen oder fünf Aufgabenbereiche. Die erste hatten wir. Das war das mit dem einfach nur ausbauen. Obwohl wir schon weit genug waren. Man muss halt dann nur warten. Das ist der zweite Schritt. Wasser oder Strom. Da gibt es auch drei Versionen. Zum Beispiel einmal suchen und gucken, ob du es willst oder nicht. Denn eine finden auf jeden Fall. Und eine soll sie selber bauen. Da wir keine hatten, dachte das Spiel, müssen wir natürlich jetzt bauen. Richtig unnötig, aber das ist halt so. Wenn wir das dann fertig haben, kommt die nächste Aufgabe. Dann wird es schon mehr interessanter. Die nächsten zwei, die werden eher kürzer sein, aber mehr in Hand dahingend. Und dann das letzte wird dann richtig heftig. Und dann haben wir es durch. Deswegen will ich auch nicht zu viel bauen, weil es wird ja keine super Endgame-Base, die ich für immer habe. Sondern es wird dann ein Ende sein. Danach werde ich eine neue Gemeinschaft machen. Also machen wir halt nur so den leichten Teil zusammen angucken. Und dann sollte es reichen. Gut Leute, dann, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.